Ich habe Oliver Pocher verfolgt, haben wir hier einen Pochie-Fan. Einen Pochie-Fan. Bis der Gerichtsbeschluss nicht verboten hat. Wow. Geil. Sorry, Pochie-Fan. Jetzt zurück zum Brunnen. Für mich fühlt es sich gerade an, als hätten wir einen Podcast, den wir mit ein bisschen Zocken auffüllen. Und der Einzige, der richtig wenig teilnimmt, weil er eigentlich ganz gut zockt, gerade ist schon ja. Füße gehen raus, Leute.